Wir haben das natürlich noch mal spannend gemacht, ne? Aber denk dir, dass der am Lurken war, ich wusste... Sollen wir noch mal unten? Willst du nehmen, Knoppel? Frost oder wer denn anders? Überlege gerade. Ja, aber dann würde ich Frost nehmen. Ja, dann nimm Frost und nicht nur irgendwas. Wovor gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Kommt! 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 Jo! Oh, sicherlich! Oh, sicherlich! Das war erst mal ein Beckenmauer. So! Nochmal! Rüstung! Rüstung, ja, Patrick. Danke dir! Ja, greif ruhig alle gleichzeitig. So, diesmal macht ihr diese Wand hier zu. War nämlich gerade der Tod. Oh, Kameras sind schon drin. Eine habe ich. Du meinst die Wand da bei A? Ja, habe ich schon jetzt zu, ja. Okay. Scheiß mal auf die gerade. Zwei. Obwohl, ne, den mach ich mal zu. Das kann man auch. Soll ich da irgendwo zu machen? Wir machen mal Killholz rein. Darf ich hier noch zu machen? Ja, ne? Mach zu, du kannst. Was denn? Ne, ne, alles gut, alles gut. Die Großhilze nochmal zu machen eben, die ich gerade aufgemacht habe. Oh, ich kann sagen, dass ich da gerade schon was höre. Mach zu. Ne, ne, gerade ist es zu. Zack. Okay. Ah, Tobi, du hast da hinten alles, ne? Ja, warum läufst du mir auf einmal hinterher? Ich schreck mich doch nicht so. Ich mach mich hier ein bisschen um. Okay, Kamera von Garagen aus. Ja, und hier eigentlich bei der, bei der Dings kommt auch gerade ne, ne Kamera, wo ich bin. Tunnel. Boah, Blitz bei mir. Boah, Blitz bei mir. Boah. Ist der hier, Alter. Ehhh? Boah, was? Boah, was? Ja, warte, ich hab mal Fuyu. Boah, boah. Bam. Bisschen erschrocken gerade. Sehr schön, Leute. Ah, der aimt ab. Garage, Garage. Biss noch, biss noch, ja, biss noch frisch. Ja, Kevin, ich hab. Ja, wir können jetzt kommen dann. Fünf gegen mich. Boah, fuck it. Unten da beim Tunnel kommen wir. Ja, ja. Ah, ist einer durch, oder was? Ah, fuck. Ja, ja. Bild bei mir. Hallo, brauchst du Hilfe? Nein. Keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Hast du das? Halt hoch auf mich, Knüppel. Nein. Was ist los? Ja, du bist doch gerade... Bei A ist keiner mehr. Die kommen jetzt durch. Ich bin alleine. Schön. Schön. Also ich hab noch A, wenn du da die Garage, wenn du den kriegst. Ja, Moon Knight ist down, aber ich hab ihn nur verletzt. Schön abgelenkt. Sieht es aus unten? A ist soweit noch ganz gut, aber Mayo fehlt noch. Also ich glaub, die sind beide in Garage. Sie kommt. 40 Sekunden. Nur noch 7 Schuss. Knüppel kommst du runter? Ja, 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 klar. Bin hier vorne vor A. Ich mein, Mayo ist noch hier. Mhm. 15 Sekunden. Jetzt kommen sie. Nur von wo? Nice. Nice. Sauber, Leute. Sehr gut. Den hat er kassiert, Alter. Das war jetzt richtig. Sehr gut. Guck mal, du hast gar nicht... Alter, der war mega. Jawoll. 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 Ja, nur weil Dalu gesagt hätte, der wär da noch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Hey. Okay, okay, okay. Ne, komm. Pack ich mal den Blitz ein, komm. Wenn den jetzt nicht unbedingt einen haben will. Ne, ich hatte vorher Black Bear, also wir haben eigentlich nur getauscht. Alles klar. Zack. Ja, dann hat er recht. Wir müssen eine Bombe holen. Dann werden sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr da sein, ne? Wir haben jetzt Lockers genommen. Die falsche Mütze, Knüppel. Okay, sie sind erst da. Okay. Wahrscheinlich hinter Lobby, äh, hinter dem, hinter Rezeption da, ne? Äh, sie auch, glaub ich, ist das, ja. Ach so, das ist aber... Ja, ach so, alles klar. Sehr schön. Oh. Da geholt. War ein bisschen verstecken hier. Schade. So, Leute. Dann guck ich mal, ob ich da oben was wegpicken kann, wa? Ja. Mach das mal, doch, mach das mal. Jetzt kann's wirklich sein, dass sie rausgucken, weil sie jetzt eh oben sind. Jawoll. Nice. Warte, jetzt muss er aber den Smiley auch kriegen. Er hat er mir vorhin auch reingedrückt. Mit Hut. Ne, ohne Hut. Der hat er mir vorhin auch gegeben. Hahaha. Wenn ich wüsste, was diese Smilies bedeuten, ne? Wär ich so glücklich. Äh, wenn... Kannst du die Kamera oben rechts wegmachen? Die ist ungefähr da, hinter der Säule. Versuch dir, ein Spiel zu geben. Hab ich schon. Okay. 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 Ich check erst hier unten hinterm Tresen. Hier muss man aufpassen, aber es wird, dass sie Piepen hören. Ja. Ja, aber bei... Also ich höre auf jeden Fall, Steps können nicht von oben kommen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ja, Oma, komm nett oben aufs Dach. Boah, Tobi. Warte mal. Los mit dir. Du musst mal... Du hast das Ziel hier. Ja. Guck mal auf der Treppe, liegt direkt Stacheldraht. Vielleicht wartet der. Wenn der, wenn der durchgeht, kann es sein, dass der durch die Tür ballert einfach. Ich werd mal runter gehen. Nice. Wow. Really? Ja, okay. Mit dem Schild geht das. Rechts an der Wand. Falsche Richtung. Guck. Genau auf meinem Todespunkt. Nice. Wow. Wow. Nice. Nice, sauber. Der Dog fehlt noch. Und der war im Raum. Bei B links. Von dir aus. See links. Oh. Sonst, Alter. So wird ihn, glaub ich... Hast du den Damage gemacht? Warte mal. Der ist halb weg. Wo war der? Über das Treppenhaus hochgehst. Direkt an das Hür. Für dich rechts. Da hinten geradeausgeriehen. Äh, Knüppel. Rechts, ne? Hier, ne? Genau. Und dann in der ersten Tür gleich bei dir. Gleich rechts, oder was? Ähm, für dich Knüppel geradeaus in dem Raum. Aber... Der ist komplett offen hinten. Der kann auch rausgegangen sein. Da ist er! Nice. Sauber. Ja, klaut er mir den Order. Komm du mir weiter. Patrick, 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 ey. Sehr gut gemacht. Es kann sein, dass Daniel Mehrbon eingestellt hat. Ich hoffe doch. Matchpoint jetzt, ne? Ich will länger mit diesem Team spielen. Ja, ne? Ich will nicht wieder zu Tennis. Ich hoffe, du kannst wieder Frost nehmen, wenn du willst. Ja, dann nehme ich nochmal Frost. Direkt den Tiger in dir. Wo sollen wir... Okay, wir sollen ja nicht Lockers nehmen. Nee, dann... Sollen wir auch mal unten, oder? Ich finde Stuff Room Area eigentlich besser zu decken als CEO Office. Bis auf Lockers ist alles scheiße auf der Map. Ja. Das stimmt. Ich finde als CEO Office hast du halt einfach den Gang alleine, wo ich gerade reingucken konnte komplett, ne? Das ist halt, wenn du da nichts zu machst, oder so. So. So, Leute. Dann noch hier so fest, ne? Ja, ja. Wenn... Ich hasse diese Räume, ne? 5000 Kilometer Wände. Sehr schön. Und dann ziehen wir mal hoch. Hier vorne sind noch ganz neue Wände. Ach, und die hast du. Boah. Hier machen wir alles zu. Obwohl, warte mal. Die brauchen wir eigentlich gar nicht zuziehen. Ja, ich nicht, ne? Nee. Ansonsten können wir halt... Oh, Kameras. Jo. Versuch den Pieper da nicht auszulösen. Ja, ja, ja. Ich geh da nicht durch. Hätt ich jetzt fast gemacht. Ja, der hält ewig. Wär die Kamera gekommen, dann wär ich da durchgerannt. Also, danke. Okay. Setz dich direkt da vorne rein? Das waren alle Drohnen. Oder? Wir sind hier gespawnt. Auf meiner Seite. Da, wo ich jetzt markiert hab. Okay. Also, Fenster. Genau hier. Ich hab eine dicke Wand total vergessen, Leute. Wow. Einen hab ich. Den Dennis. Ich bin am Anfang. Das ist gut. Das ist gut für die Moral. Also, du bist doch Bescheid, ne? Vor dem Fenster. Der Arme. Oben, Klappe, oben, Klappe. Ja, save up. Save up, Tobi. Nein! Das war der Knüppel. Ah, fuck. Das war der Alubo. Also, Fenster kommt jetzt einer rein? Oder ist einer drin? Alles klar. Oh, nice! Nice! Sehr geil. Aber es ist noch einer. Ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wo er reint, Alter. Und noch einer im Fenster. Noch einer im Fenster. Er hat aber einen Schrotschuss abbekommen. Tobi, geh rechts, 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 rechts. Er ist drin. Im Fenster drin. Genau von da. Was könnt ihr markieren, vielleicht? Unter dir, Knüppel? Das reicht nicht. Du kriegst zu viel Schaden. Uuuuh. Boah. Nein! 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 Leute, Leute! Okay, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Er kommt! Ah, nein! Schade! Knüppel! Was war da los? Keine Ahnung. Ich wusste nicht immer, welches Fenster ihr meint und wovon ihr redet. Da, wo 850 Leiche liegen. Da, wo alles voll mit Blut ist. Ja, ihr war komplett woanders. Wir sagten ganz immer von oben, von links, von rechts. Ich hab keine Ahnung, von wo ihr gemeint habt. Ach ja. Äh, wohin? Boah. Parkplatz? Guck mal, ob sie wieder oben sind. Ja, parkplatz schon. Okay. Komm, bei dem Match bald würden wir uns doch noch holen hier, oder? Ja. Kann doch nicht angehen. Ja, Knüppel. Wir wollen es ja spannend machen. Augen zu und durch, brech mir alle Beine. Ich dachte halt nicht, dass ich genau in das Fenster reinspringe, wo er ist. Weißt du? Ich dachte, er wäre noch viel weiter rechts. Weil die Maps spielen wir so gut wie gleich. Ja, hättet ihr natürlich auch beide gleichzeitig drauf gehen können, ne? Wenn Tobi da jetzt von der anderen Seite noch... Ja, genau. Das wäre nice gewesen, Tobi, ne? Ah, hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Ich glaube, oben. Wollen sie wieder das hier oben ist, oder? Ne, 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 unten, unten. Hinter der Rezeption. Ach, die sind ja noch. Wie heißt das da? Genau. Sehr schick. Sehr schick. Ach, die beiden Räume sind das. Jetzt haben wir viele Lurker. Viele on Tour. Hier unten können die überall sein. Außer in dem Raum. Oh nein. Oh nein. Kannst vielleicht mal da hoch, hoch schlängeln an der, an der Lobby, an den Fenstern. Mal gucken. Wobei sie Daniel jetzt bestimmt auf der Rechnung haben und so, ne? Die haben, also in, innerhalb ist alles offen. Beide Bomben sind miteinander verbunden. Mit dem he Boss, neu gelaufen. Komm mal den Diffuser. Oh Tobi, du hast den, Oh nein... Geh L canopy, erstmal her! Geh mal her da. Oh, ne. Oh, ich schieße nur. Oder so. Da liegt einer direkt, glaube ich, vor dir. Oder, ne, bin ich jetzt Banane? Was liegt da hinter dir? Was ist das? Na, war mein. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Rucksack. Äh, die haben Kapkan. Passt auf den billigen Tricks kaum jetzt. Ups, da schießt einer. Jetzt rechts in der Ecke von der Lobby. Achso, du. Also. Einer ist auf der Etage, wo wir jetzt sind. Oh, Tobi, Alter. Welche Etage? Äh, da, wo Seth und ich jetzt sind. Also oben. Also einen drüber, ja? Alles klar. Einen über dem Spot, ja. Okay, dann guck ich mal, ob ich da... Er war jetzt, äh, als ich ihn gerade gespottet habe, rechts. Okay. In dieser kleinen Kammer. Ah, ich seh, ne? Er hat sich hingelegt. Ich wurde entdeckt. Er ist immer noch in der Kammer. Wo ist denn der Knüppel? Ich bin... Boah, er mit seiner Scheißwaffe, Alter. Das ist so eine Dreckswaffe. Wo war denn Knüppel? Ja, halt oben, wie du sagtest. Ich kann den Raum nicht beschreiben. Kenn die Menschen nicht. Oh, ja, ja. Okay, klar. Alter, von wo kam das? Boah. Von mir. Ah, damit hat er zwar nicht gerechnet. Der ist in dem Raum drin. Links. Nein! Das ist höll eine Bugwaffe, Alter. Ich find die so lächerlich, ne? Oh. Man muss dann hinterliegen, Curry, ja. Was war das denn schon wieder, Alter? Der Bronzer, ich glaub's nicht. Das ist mein Untergang. Oh, warte mal. No, über hier. Ja, der springt jetzt hier runter. Safe. Oh, was ist denn das für ein Leck? Hast du dich ruhig den Schattel teleportiert? Oder bist du da überhaupt hinter noch? Nein. Boah, nice. Ich muss nachladen. Komm von überall, der springt runter. Links Treppe. Ja, da. Ist er runtergesprungen oder nicht? Da ist er. Da ist er. Nein. Das gibt's doch nicht, ey. Nein. Er auch noch, weißt du? Nicht Dennis. Guck mal, wie er sich jetzt feiert, ey. Ja, guck mal, sofort. Das hat er schon abgespeichert. Ach, Mann, ey. Das gibt's nicht. Okay, jetzt zählt's, ne? Aber wir dürfen nochmal attacken. Ey, wir haben alles aus der Hand gegeben. Jetzt, jetzt zählt's, ne? Ich bin mal... Wir müssen plus zwei haben. Wir sind noch im Rennen. Ich bin mal, was machen wir. Da steht aber Verlängerung... Da steht aber Matchball, ne? Overtime Matchball, ja, stimmt. Wer ist denn diese kleine Pisswaffe der drüben? Ist doch die Mac-10, oder? Das ist bei Bandit die Kleine, ja. Ach, das ist die Mac-10. Das ist nicht die MP5. Du wirst das nicht verlieren, Alter. Ne, ich weiß nicht, wie die heißt, aber... Du musst einnehmen, Tobi. Tobi, 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 Tobi! Nein! Tobi! Tobi's tot! Nein! Warum macht man so was? Willst du verlieren? Disrespect. Machen wir mit. Machen wir mit, Rekrut. Nee, Alter, ich will das nicht verlieren, ey. Nicht gegen Dennis. Die sind schon wieder im selben Raum. Yo! Hat sich einer fast weggesprengt, ey. Das wär gut. Diesmal haben sie Frost. Mann! Tobi's grad... Tobi ist jetzt da. Ja, ja, doch, doch. Tobi, ey. Muss mal schnell für kleine Jungs, ey. Mit einfach den Rekruten da, ey. Alle, alle. Mitten beim Matchball, Tobi, ey. Macht nichts, Mann. Ok, Leute, wir müssen das jetzt holen, Mann. Bitte. Puh, ok. Pass auf, ne. Nicht, dass es das gleiche machen wie wir beim Fenster. Ja, ich glaube nicht. Du, beim Rekruten ist meinetwegen noch ne Granate dabei. Wir werden auf jeden Fall wieder da ihren Lörker haben. Der Daniel immer... Naja, mit seiner Dreckswaffe, Alter. Immer noch nicht rausgenervt. Das find ich halt so lächerlich. Hast du... Äh, kapkan haben sie glaub ich diesmal nicht. Nerf wie Nerfman. Die Tür zu dem Raum ist auf, also... Ich gehe davon aus, dass sie draußen sind. Jetzt nur die Frage, wo? Links oder rechts? Warte, kannst du noch nicht rausgehen. Ich krieg meine Drohne rein. Links oder rechts? Einer hat auf meine Drohne geschossen. Rechts unten ist gerade noch nichts. Da ist einer. Hier ist Frost. Hab ihn markiert einmal. Den könnten wir vielleicht... Wenn wir den kriegen, hätten wir auf jeden Fall von... Der ist gerade mit meiner Drohne beschäftigt noch. Ich logge ihn mal ins Sichtfeld. Er kommt meiner Drohne hinterher. Hat er mich... Der hat mich durch die Wand getroffen. Das gibt's noch nicht. Alter. Hab ihn. Sehr schön. Nice, Tobi. Er schießt auf die Drohne und trifft mich durch die Wand. Alles Bronze, ey. Ähm, oben wird ein... Äh, Knüppel, siehst du was von da oben? Ja, ich würde halt sehen, wenn er in den Gang langkommt, ne? Aber du würdest... Könnt der mir jetzt in den Rücken schießen, wenn ich unten reingehen würde? Äh... Nee, ich glaube... Ich glaube nicht. Hier kommt. Jo. Wow, fuck, fuck. Ach, shit, man. Oh, das gibt es nicht. Er überlebt es halt. Genau dann, wenn ich halt hier aufspringe... Kommt er. Ganz ruhig, Patrick, ganz ruhig. Nein! Nein. Ach, Mann. Der ist in der Lobby-Eingang. Ja, oben, ne? Entgangen. Oh, schade. Oh! Was? Was, kam das jetzt von oben? Ja, ich habe da gerade... Oh, wow. Da lief gerade einer. Ich würde gerne weiter hier durchgucken. Vorsichtig. Ach! Wir müssen irgendwie noch Daniel loswerden. Mein Problem ist, ich habe Mario hier gerade an meinen Fersen mit seinem... Oh, oh, oh. Nice, Tobi. Sehr gut. War mal. Komm, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute, ne? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Tobi, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt. Go, 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 go. Komm, defuse, defuse. Nein, ich bin reingelaufen. Defuse! Du musst defusen. Nein. Oh! Nein, das gibt's nicht. Das wäre so geil gewesen, hätten wir das doch noch geschafft. Schöner Zugriff, aber... Shit, ey. Boah. Boah, wie er abgeht mit dem Ding, Alter. Ja, das Ding ist halt einfach nur lächerlich. Das ist das Problem. Das Ding... ...geht. Oh, nee, ey. Hast du denn jetzt denkt, der hat mal einen Fuyu geschickt? Ja, jetzt pass mal auf. Pass mal auf, was vom Dennis jetzt kommt, ne? Ohne Witz. Guck mal da. Ja, siehste, geht schon los, ey. Also... Also, er hat drei Kills gemacht vor der Dreierrunde. Wo sei... ...und... ...Dings vollgecarried, weißt du? Ja, danke. Ah. ... ... ... Bis zum nächsten Mal.